Ja, aber ich finde es eben sehr wichtig, wie du sagst, also nicht nur für dich individuell, sondern auch über die Jahreszeit eigentlich hinweg und das finde ich einen guten Hinweis, weil ich glaube, jeder kennt das, dass wenn es in der Früh hell ist, dann hüpfen die meisten einfach viel einfacher aus dem Bett hinaus, sind viel vielleicht auch energiegeladener, um noch was zu tun und eben diese unterschiedlichen Rhythmen sozusagen in den persönlichen Plan und Anfangszeichen mit aufzunehmen und einfach damit zu arbeiten, anstatt sich irgendwie zu quälen. Und dann vielleicht unzufrieden mit sich selber zu sein, wieso es denn schon wieder nicht geklappt hat, ohne dabei eben ein bisschen mehr dahinter zu gehen und dahinter einfach zu schauen, warum das halt vielleicht nicht klappen könnte. Und da vielleicht auch nochmal eben angehängt, diese Ursprungsfrage, mit der wir heute eingestiegen sind, nimmst du dir genug Zeit für das, was für dich eben wichtig ist? Und wichtig ist natürlich auch, total abhängig davon, was du machst. Geht es dir gerade um Karriere oder geht es dir darum, für dein Team da zu sein oder geht es dir darum, deine Ziele mit dem Team gemeinsam zu erreichen? Also, und es gibt so viele unterschiedliche Herausforderungen, das ist, glaube ich, ein bisschen mein Punkt. Und von diesen Herausforderungen ausgehend musst du dir einfach für dich überlegen, passt meine Zeitanteilung so, wie ich sie da tue oder passt sie einfach nicht?